Hallo, ich bin der Christian Freisleben, Berater, Referenz, Journalist und Hemmungslöser, Improvisateur. In der Bildung Sextase wird es bei mir um unsere Stärken, unsere Ressourcen gehen. Was ist eine Stärke, die du an dir selber in der letzten Woche entdeckt hast? Gleich mal aufschreiben. Miteinander werden wir diese Fähigkeiten, diese Erfolgsgeschichten neu zusammenleben, auf eine lustvolle und leichtfüßige Art und Weise ganz konkrete Ideen für Projekte, für neue Produkte, für neue Dienstleistungen entwickeln. Klick dich rein in die Bildungsextase von UNUNI TV.